Jedes Mal Betrügt wird Er ist halt ein Betrügerer Ich wurde doch betrogen Auf zusammen in Aufzug, solange die 10 Sekunden noch nicht um sind Los geht's Wer hat jetzt ausgerasst Wer ist jetzt ausgerasst Hups Hälfte weg Oh, ich auch Sorry, sorry Ich muss mein Ding setzen So Solange wir hier drin sind, Frieden Ja Kann jemand von unten den Aufzug Warum, was ist da? Oha, was passiert? Ähm, was passiert? Oha Laura, was hast du mit denen da unten gemacht? Ich hab gar nichts gemacht, nein, 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 ich hab wirklich nichts gemacht Oh, das war's Hm? Dan, du hältst ihn mit deinem Dickkopf auf Ja, ich weiß Mein Platz Mein Platz Kann... Ja... Kann jemand mal den Aufzug aufmachen? Komm, die Macherten Wo denn? Äh? Wo bist du? Am Pool Okay Okay Ja Über uns hängt... Der hängt doch bestimmt jetzt auch fest, oder? Der hängt doch fest, wenn man noch nennt Oh, fuck, das war's gleich Oh Gott! Nein, 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 ich hab keine Muni mehr Geh weg Geh weg Geh weg Okay, ne, geh vor Geh weg Okay, ne, geh vor Oh, runter Geh, 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 geh Hä? Ja Oh! Geh, geh Ah! Ich hab Platz gemacht Ihr könnt Gönnt die Neues Gönnt die Neues Eeeh! 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 Ich wollte dich killen Eeeh! Was war das denn? Was war denn das? Eeeh! Ich versuchte mich mit der Kroba wegzuklatschen, ey Ich hab keine andere Waffel War's mal verkranken Ich hab die, ich hab die Runde jetzt grad nicht wirklich verstanden Eeeh! 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 Sorry Eeeh! Ich hab grad den Roll-Defi im Menü gesehen Geh mal da, geh mal da! Ich hab mich vorhin beschwert, dass ich den so selten hab, deswegen muss ich die Chance nütz Eeeh! Mach, mach, mach! Aber ich glaub, Kristallen setzen im Aufzug ist keine gute Idee Aha! Da passiert dann... Aber das halb ich dir fest, oder was? Hups! Hat die Art geklappt, Marco? Ich glaub schon Was hat geklappt bei euch? Ja, freu ich mich auch für Boris gleich tot ist, hat geklappt Okay, dann töte ihn los! Och, Dose, geil! Ich fand das jetzt auch... Au, 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 der Marco! Ziemlich auffällig, was die da gemacht haben Ja, ja Und das tut ihm weh! Also lass es bitte! Hauf damit! Und die will! Und die will! Und die will! Au, ich bin... Au, ich bin gefallen! Ah, Dose! Du, erst mal... ... ne Waffe! Ich auch, aber so geht auch! Oh, oh, juhu! Waffe, waffe! 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 Wo? Ich dachte schon, ja Wo? Da! Das war ne Hello! Das war ne Hello! Das war ne Hello! Das stimmt! Okay, ich geh nicht die Treppe hoch! Da raucht's nämlich gerade! Eine hab ich... Eine hab ich ausgelöst! Warte, warte, warte! Die Treppe hoch, da raucht's! Dann musstest du gewesen sein, da! Ja! Ich bin doch gerade von dir weg! Ja! Ja, aber ich war vor dir ohne! Ja, was soll ich denn? Rauch... Entweder ein Rauchkran... Ne, das ist ähm... Diese Rolle! Jetzt hat er aber Erklärungsmodus! Achso! Ich dachte, da wär Hallo! Ne, die war vorm Aufzug! Ah, klar! Aber... Ah! Ich werd abgeschossen! Unten, oben! Keine Ahnung wo! Laura! Draußen! Draußen! Warum?! Gibt's auch ne... Ne Waffe! Kai, bist du jetzt tot? Hier... Hier liegt die Leiche! Hallo! Oh! Oh! Hat's funktioniert! Was ist mit den anderen passiert? Wie's... Von wem war... Bodyguard Boris Bobbyguard? Keine Ahnung. Von mir oder von Marco? Von mir! Es war etwas wirklich auffällig Boris! Nein! Aber wir waren schon drei! Oh fuck! Viel zu schnell! Boah! Boah! Nein! Boah! Boris, willst du sterben? Nein! Okay, jetzt ist er selber gekommen! Das war ich nicht! Nein! Nein, war ich nicht! Doch, war das wirklich... Nein, war ich nicht! Das war ich wirklich nicht! Ja, du hast das fast auch geballert! Gut, hätt ich auch geballert mit Stefan auf mich zukommen! Ja, das stimmt auch! Aber trotzdem... Laura war das... Von mir aus könnt ihr mich killen, aber dann habt ihr halt einfach einen inno weniger, von daher... Du bist ein inno weniger, okay? Hä? Vielleicht... Vielleicht wollen wir das ja auch! Ei, ja dann... Kommt doch! Hilfe! Ey, lass mich nur hoch! Ich hab nur ne USP, deswegen... Geht das gar nicht! Ist immer so müßig! Müßig! Mühlig zum Frühstück! Oh, das war zu hoch! Oh, das war blöd! Ui! Weißt du, ich will schon gar nicht mehr davor! Oh, guck mal wie er da hängt! Oh nein! Nein! Ich hab ihn aufgehangen! Guck mal, er trägt ihn! Guck mal, er trägt ihn! Toll! Guck mal wie schön! Ei, wie schief! Und wie sch... Wie stark der ist! Ei, wie schief! Auchi! Auchi! Okay! Ah, klar! So, jetzt brauche ich noch... Oh nein, was passiert hier? Wo? Unter dir! Okay! Nee, war nicht unter mir! Bist du nicht mehr da oben? Nee, nee! So? Oh, oh! Nein! Keine Waffe! Zauber! Na, guck! Ge weg! Ich will nur durch! Ja, dann geh! Hm! Geh! Oh, shit! Mich lohnt sich's nicht zu verfolgen, diese Runde! Ach so, ich dachte, das wäre eine Sidekick-Diegel! Nee, nee! Ich hab wirklich noch keine Waffe! Stefan, du bist jetzt der erste Einzige, der... Ganz erst... Oh, kommst du nur einmal her, Dan! Ich hab mich so bedrängt vom Kai-Gefühl! Und dann kommst du einfach so hingesprungen irgendwo? Okay, mhm, 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 okay! Mhm, mhm, okay! Mhm, mhm, mhm! Okay, mhm, mhm! Gibt's noch Munition? Mhm, in den Waffen? In den Waffen! Boah, da ist er schon wieder! Boah, da ist er schon wieder! Laura? Ich bin hier! Okay! Ich bin immer noch beim Boris! Ey, ey! Es gibt ja immer noch zwei Trink-Tallen! Jaaa! Munition! Okay, Marco ist also einer von denen! Ich werde schon mal glücklich über ne Waffe! Oh, ich nehm einfach mit! Haut! Ich hab jetzt nicht drauf geachtet, ob da unten eine ist! Aber ich hab doch hier vorne eine hingeworfen! Ich hab doch gewechselt! Oh, die ist weg! Die hat sich ja anscheinend schon jemand gegönnt! Hä? Hä? Immer diese Egoisten! Kai, was machst du denn da? Ich muss nur beobachten! Okay, dann bist du da hingekommen! Marco! Marco ist es! Ach! Wo? Ist echt nicht tot! Laura, wo? Oh nein! Doch, sie ist tot! Oh shit! Er ist oben, Kai, da wo du vorhin ne Zeit lang warst! Jesus auch! Achso! Oh, ich brauche Pätze! Sarah ist jetzt tot! Nein, noch nicht! Ich bin mir nicht sicher, ob er tot ist! Der ist mir zu schnell umgefallen! Hä? Die heilen sich doch! Ah, Mist! Hä? Hä? Tauscht! Okay, jetzt bist du aber tot, Sarah, ne? Ja! Nein! Freu's bei dich noch mehr! Oh man! Oh shit! Mann, da raus, da steht der andere! Kannst du vergessen! Hi! Ich bin wieder da! Hi! Hey! Boris! Wie lebst du wieder? Das war lange! Du, du kassierst ja in letzter Zeit schon! Ja, ich wäre lieber nicht gestorben irgendwie! Meins! 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 Halt! Dose! Geld! Ne, die war auf einmal grün! Scheiße! Die war grün, ja! Oh! Ich hab drei Dosen! Äh, ich muss nicht durch! Was? Wieso? Weil du mir zwei geklaut hast! Ja, ist... 17.5? Okay, okay! Für die Aussage kostet... Nee! Doch, doch! Nee! Ich krieg's wegen C... Z... 75 Schuss! Ich warte auf dich! Ich warte auf dich! Marco, mein Bodyguard ist hier! Mit deinem Bodyguard! Ja! Siehst du nicht, dass du mein Bodyguard bist? Dann komm schnell! Komm in den Aufzug! Wir fahren hoch! Oh, es ist auch mein Bodyguard! Hallo! Dann fahren wir jetzt alleine! Und nach hoch! Das ist nicht sie! Das ist nicht sie! Oh! Wir... Ich hab die Zara mitgenommen! Und wir müssen wieder runter! Okay, ich komm mit! Ich bin schon lange wieder oben! Oha! Hast du auch gesehen, dass die Türen aufgegangen sind? Ja! Toll! Was sah das oben? Wir müssen wieder nach oben! Mein Kristall ist tot! Mein Kristall ist... Wo war der? Zerstört! Der war unten, oder? War es so oben? Nee, ich weiß nicht, wo ich ihn hingesetzt hab! Das ist lustig! Da und da waren es nicht! Ja! Boah, das war's auch nicht! Marco ist doch immer unten am Anfang! Stimmt! Da hab ich ihn ja auch getroffen! Okay, da steht aber noch ein Kristall und hier ist keiner mehr! Sicher, dass du ihn unten platziert hast, Marco? Ich hab, das hab ich nie gesagt! Oh, ich hab jetzt noch meinen! Ich glaub, meiner ist auch weg! Na gut! Ich hab meinen noch! Aber der war eh nicht, der war eh nicht so cool! Ich hab Laura noch gar nicht gesehen! Die muss ja auch schwer klauen! Klauen oder Kauen? Kaputt! Hast du den unten jetzt auch kaputt gemacht, Laura? Du bist mir doch gerade erst entgegen gekommen! Das wär schon ziemlich frech! Nee! Mach mal! Mach mal! Oh, Marco, guck mal! Hier steht niemand! Komm, da oben, da ist ein Loch! Wohin geht das denn bitte? Wo steht keins? Laura, unten ist noch einer! Wieso wurde ich denn jetzt abgeschossen? Das ist kein Loch! Da kann man irgendwie oben drauf! Ist hier jemand tot oder leben noch alle? Oh, oh, Marco, Marco, Marco! Ich würde von irgendeinem Amten angeschossen, ich weiß aber nicht! Mako, 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 da, 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 da Wie unentspannt ihr seid Sind vor allen Dingen die da Das ist super schnell Da haben wir schon den Sohn Ganz ruhig Dekay ist weg Ach ne, da ist er Da ist er Ich wir schießen will Sobald er nochmal guckt Hat aber lange gebraucht Das ist aber lang gebraucht. Noch mal? Ah, Fisch. Ich hab schon mal geraten. War sogar gut. Wer bist du? Ich bin ich. Ah. Ah. Ich hör die ganze Zeit so'n Prenz-Sound. Huch. Uiuiui. Boah, der teckelte mich weg, ey. Mach mal Hände! Bist du zu fett, oder was? Nöheh. Fettig, fertig, bum bum bum. Geh mal Kalorien zählen! Die Laura ist im Schacht. Im Schacht? Kaum Lauren. Reindorf, Mako. Ähm, Leute, ich glaub wir sind's nicht. Bist du da sicher? Hm, minimal. Aua. Wer ist denn wir, ist es nicht und wer? Aua, Aua, Aua! Ich war grad beschäftigt. Aua! Willst du dich nachmarschen? Kann mich jemand aufhören? Ach so. Ach so. Ach so. Ja, aber du gehörst doch zu den Guten, ne? Ja, aber ich will... Besser als... ...zu verlieren gleich. Ich hab das Gefühl... Ja. Das dauert nicht mehr lange. Ja. Ich hab das Gefühl, ihr verarscht mich grad. Nö, nö. Nö, nö. Darn, wiiiir? Auci. Da ist es? Ja. Darn ist tot. Ne, ist er nicht. Wahrscheinlich gleich. Ja, da müsste es Sarah sein, als sei denn ihr verarscht mich grad. Also, ich würd'n Darn nicht verarschen. Nein, Darn, wir sind's wirklich nicht. Darn. 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 Darn, da war ich schon um die Ecke. Wie? Als du die Waffe geflogen hast. Ja, ich wollt' eigentlich Laura da rausziehen. Ich hol' Laura da raus. Okay, nicht cool. Darn war da. Hä? Ja, hier ist deine Leiche aber. Hä? Ui. Oh, Küche, bist du in der Küche? Nee, sie ist in der Küche. Natürlich, wo auch sonst? Aua, aua, aua. Nicht mehr in der Küche, sie kommt raus. Au! Darn, du bist jetzt nicht wirklich tot. Nee. Noch nicht. Fast. Ah, sie ist voll! Krass drauf. Krass drauf. Du bist in den Weg, Kai. Ja, danke. Ah, nein! Ich konnte nicht schießen. Darn! Ich hab' keine Muni mehr gefunden. Oh, das war kacke. Bis den Weg. Du pisst in den Weg. Aber ich hab' voll viel Kristalle kaputt gemacht und es hat am Anfang keinen interessiert. Ich hab' 100 Pro mit Laura aufgerechnet. Ja, ich hab' auch gedacht, Laura wär' das. Aber sie hat sich auch noch verteidigt. Laura hat gar nichts gesagt. Ja. Ich wollte ja nicht mit euch reden. Es hat noch mehr Verdacht auf sie gelangt. Das fand' ich gut. Ja, wisst ihr, was lustig war? Ich hab' einfach nur vergessen, dass ich meinen Ton aus hatte. Ja, das hab' ich mir jetzt schon gedacht. Ja. Das war in Ordnung, Laura. Da haben alle dich verdächtigt und ich konnte machen, was ich wollte. Okay. Okay. Aber Darn, ich dachte, du hättest getanzt vorhin für mich. Darfst du quarren. Ja, ich dachte, er hätte karamelldarnst. Was, karamelldarn? Kennst du nicht karamelldarnzen? Nein. Ah, okay, muss ich jetzt schicken. Da sind wir zu jung für, glaub ich. Das kannst du, nein, nein, das kannst du einbauen, aber... Äh, okay. Sarah? Ja? Was machst du Darn? Ich suche mir Munition. Munition. Nix. Okay. Ohlei. Was war das? Nix. Nix. Darn? Ja, ich leb' noch. Okay. Was hat der Kai gemacht? Granat oben reingeschmissen. Nicht zum Sidekick gemacht. Das ist korrekt. Was habt ihr jetzt zwei hübschen da drin gemacht? Das zieht dich gar nix an, ja? Wer hat er jetzt geschossen? Der Darn hat mich getroffen. Der Darn hat mich getroffen. Sarah ist ausgerastet kurz. Nein, nein, ich hab nicht geschossen. Hier, ich... Oh nein, ich... Friere! Oh, hast du mich erschreckt. Boys, hast du die grad umgebracht? Ich hab niemanden umgebracht. Ich hab noch alle Schürf, die ich brauche. Aber hier schießen so viele Menschen. Warum hast du dich hier verbarrikadiert? Wer denn? Der Kai, der schießt auf mich. Ups, ich wollte eigentlich nur das Ding reinschießen. Hoppla. Hoppla. Du hast dich doch nicht umsonst so verbarrikadiert. Doch, doch. Irgendjemand ist tot. Ja. Ähm. Jemand ist im Schacht und hat jemand... Aua! Scheiße! Wo geht's denn hier lange durch diesen Schacht? Kacke! Also Boris war's nicht im Schacht. Du stoppst im Schacht. Aua! Ach, sei doch ruhig! Mensch! Aua, aua, aua! Ja gut. Nice! Darn! Supi! Ich hätte jetzt mit Marco gerechnet, aber okay. Mit so ner Aktion. Das ging jetzt ganz schön schnell. Bim, bim! Also, das war ja... Oh, ernst? Da kommen da zwei raus, ne? Der war doch nicht drin, ne? Oh, okay. Das war Junge. Das war Junge. Was war nochmal... Ach so, eben. Wer hat denn unten die Kristalle gesetzt, eigentlich? Äh... Wahrscheinlich Marco? Ja, weil, da war nämlich der Traitor-Kristall und ein Inno-Kristall zusammen. Und ich konnte die nicht kaputt machen. Haha! Geil! Weil die ineinander saßen. Ja, ja. Hm. Geil. Also nur only for the next, äh... Done? Ja. Mach mal auf. Oha! Und schieß mal einfach random in diesen Raum hinein. Ja! Warum? Hörst du auf damit? Oha! Wurde jetzt jemand sich schütteln? Ist da jemand drin, oder was? Oh, in der Tat. Marco, da wollte er sich nicht killen. Ich weiß! Oha! Jemand wurde auch gekillt! Das tut nicht so! Bevor ich es ihm zeigen kann... Oh Stefan, sie war nicht tot und macht auch... Nee, nee, oh shit! Laura, bist du tot? Oh, Zombie! Sarah, Sarah! Oh fuck! Warte! Oh lai! Ich brauche ne Waffe! Ich hab jetzt vor allen Angst! Hallo, Laura! Bist du böse? Geh weg, Marco! Du kannst abhauen! Oh man, hör doch auf! Warte, ich muss nachladen. Ich brauche ne Waffe, Kai! Ich brauche als Lügel! Niemand kommt zu mir, ich töte alle! Hör doch auf zu wehren, ey! Kannst du mich schon denn mit Zombies allein lassen? Doch, doch! Easy! Pass auf, Marco! Pass auf! Ja! Hier! Oh, danke! Wo ist er denn? Viel zu nett, ich weiß! Dann! Dann! Dann beim... Oh, Darn ist der Zombie-Typi! Nee, Kai ist der Zombie-Typi! Nee, Laura ist der Zombie-Typi! Hab ich erledigt! Laura stand hinter Darn! Darn kannst du mal confirm im Pool? Darn Pool, confirm! Du Schwein! Confirm doch selber, ey! Okay, Darn ist böse! 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 Lebt sonst noch jemand so? Nee, nicht mehr wirklich! Böse! Ich würde sagen, dieses Level. Ja, ich finde es gerade, wie gut das programmiert ist. Okay, gut.